guten morgen wohlbehalten angekommen würde ich sagen ich habe vorbereitet leer gemacht die beiden dinge habe ich mit raus hier was zu futtern die beiden flaschen und das hier das dürfen wir nicht vergessen das da das da das da das da beinahe den bogen könnte man die fledermäuse gut weg machen dann können wir den da lassen was blödsinn ist weil der revolver liegt in der andere base na gut so die monoholzreihe was meine pflicht haben so gut es fehlt ja nicht mehr so viel zum maximalen lebensähe ich habe keine alte große kacke bauen das auch knapp ich taue jetzt mal links auf die fütte haben wir bisher nie gebraucht meistens waren da die bösen das war so dass wir an und dann straight zur dingshöhle weil hier ist ein feuer schauen wir mal dass wir das umgang bekommen der loot von den jungs ist jetzt nicht so über krass dass ich mir sage oh den muss ich weg machen eine zweite spitze habe ich auch gedacht gucke an schön wenn ein plan funktioniert hier oben können wir noch hände waschen die und unten durch nur da ist das somat im kristall so 50 50 eigentlich nur straight durch salaröl aber da gibt es auch die anderen kristalle so schüssen geflogen ist Ich will hier keine Pfeile versaubeuteln. Na ja, dann bin ich unglücklich. Waren das nicht grad zwei? Okay. Sick. Okay. 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 26.2, 26.7 Ja genau, Schuhe haben nicht gemacht. Das Klimmern von eigener Waffe, das ist der Gang. Ja genau, Schuhe. Ja genau, Schuhe. Ich bin immer froh, dass wir den getroffen haben. Ich nehme mal die Spannung, ob einer rumläuft, wenn ich sie es. Das sieht mir schon mal sehr nach Schwarzkristall aus. Deswegen sind wir hier leider. Sehr gut. Ist noch einer? Na Mensch. Entweder ist das ein gutes Zein oder das war es schon. Ich muss noch Fledermäuse gucken. Dann drehen wir hier eine Runde. Das ist der nächste. Kisten gibt es keine im Moment. Die finde ich eigentlich genauso geil. Ich habe es. Das ist noch mal Kristall. Ich meine, so lange wie der da oben in seiner Ecke abschümmelt ist alle okay. Das blöde ist da ist noch so ein Kristall. Das ist normaler. Das ist, glaube ich, normaler. Ja. Ja. Guckt euch das an Leute. Schnellen? Schnellonna wie der Lüse. Schnell die Spannung. Das ist noch nicht mehr. Das ist noch nicht mehr. Schnellniere die Spannung. Das ist noch nicht mehr. Ich habe den Ball. oh er lebt sogar noch zehn pfeile aber keine nur durchsteht noch so und dann wieder aus was jetzt haben wir nicht eine einzige kiste hier jetzt nochmal auf platin oder dietrichs oder sowas geschuft nischt auch noch vier kristalle kannst du nicht meckern pro tag vier kristalle oder fünf maximal doch die bündel aus und 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 Schade. Ich muss die Flaschen mit einem Stock über die Lava halten können, um das Wasser abzukuchen. Es brennt wahrscheinlich aber der Stock weg. Das ist der Weg. Naja, da war es ja nicht so hoch. Ultra erfolgreich. Und dann haben wir 18. Wobei, da müsste es ja 5 gewesen sein. Hm. Ich habe jetzt mit 16 gerechnet. Na gut, na gut. Besser als 2. Okay. Da oben ist er. Nein. Sag nichts. Zack. Du musst ja gleich von alleine ankommen. Jetzt drehe ich sie. Das ist doch ein Witz. Ach, irgendeiner Kackbraten. Ja. 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 So. Die waren da drüben. So lange. Gut. Klappt. Sind sie auch noch. Sehr schön. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. aber besser haben als brauchen das ist noch einer scheißvieh ich sage mal Kleiner Scheißer. Die dacht er nog wel af in's bloed. Trotsdam dat de dacht er nog verbracht. Weet je op de ooghoek. Hoe is dat? Der Muschel ist noch da, zwei andere sind noch da, sieht auch viel aus. Gut, das nehmen wir doch mit. Sehr schön. Ich meine, ich gerade baummäßig waren wir bei der Hütte ja fertig. Das kann man hier tun erstmal weg. Das da und das da. Der Rest kann mit. Gehen wir mal schnell herzugucken. Blöbär. Holz. Achso. Hat mal wie gelegt. Aber nur eine Kiste fand ich jetzt ein bisschen mau. Dafür waren die Gekristalle okay. Quatsch. Doch. Ja das stimmt. Depp. Hops. Brenn hat es noch gut richtig gesehen. Aber hier kommen welche. Ey was heißt kaum nur 50. Da haben wir nichts bauen ist eigentlich wurscht. Was haben wir denn? Drei Pfeile. Shit. Zwei Pfeile. Drei Pfeile Kacke. Ach. Den fippen wir auch nie wieder. Drei Pfeile Kacke. Kacke. Naja. Jetzt wird es wieder dunkel. Habt ihr hier nur eine Kiste gesehen glaube ich. Drei Pfeile Kacke. Ich denke jetzt völlig mischugel. Ich denke jetzt völlig mischugel. Na gut. Kein mal heim. Bisschen auspacken. Bisschen schmelzen. Bisschen auspacken. So. Ach. Rennert zum dicken Bären. Das ist der, da gibt es eins. Gut. Hör mal hier für irgendwas. Erstmal das hier weg. Das da. Ansonsten, das da runter, das hier rüber. Das so hier. Erzgelumbe, Kristalle. Mumpelzion, normales Gelumbe. Mumpelzion, normales Gemumpel. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Also das, 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 das. Gleich den. Eins, zwei, drei, vier, fünf, macht zehn. Eins, zwei, drei, fünfzehn. So. Das da rein. Das da rein. Genau. Und dann noch dieses grüne Ding da. Da. Lücke gefüllt. Ah, genau die da noch hier. Weg. Weg. Wobei, das ist so doof. Das war noch verburzelt, Mensch. Ah, der ist schon durchgelaufen. Das ist sehr schön. Oh, das wird die Kristalle durch. Gut. Ist gut. das. Wie, das ist wieder da. Rauf. Zack. 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 Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. so dass wir durch nach einigermaßen pünktlich 18 und 38 und überhaupt ein schöner Ausbeuter siehts noch in den Dinger aus hier ist sogar noch was drin das ist da nicht schlecht und das und das wollte ich wiederholen auffüllen zack ausgezeichnet Leute das bist du schwarzbär jo dann sehen wir uns in der nächsten Folge den wir auf so eine Erzfarmrunde bis dahin machts gut